Alles klar? Alles klar! Pommes! Gillette ab dich! Ich bin Gillette ab dich! Jetzt öffnen wir einfach nochmal eine große Box. 27 Münzen. 10 für Dynamike. Und 12 für L-Premium! Wir ziehen jetzt! Oh mein Gott! Nein! Nein, das gibt's nicht! Doch! 30 Münzen. 4 für Bo. Und 6 für Rosa. Nein! 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 Ich will nicht hier! Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Gockel Gaming. Ich bin's, der Lauchi und heute gibt's eine weitere Folge Brawl Stars. Brawl Stars! Und wie ihr seht, ich bin nicht alleine in der Lobby, sondern mit den zwei Chaoten, Julevi und Kulde. Hallo! Und wie ihr seht, ich habe eine Menge an Truhen über die Zeit angespart, die wir heute als Chest-Opening öffnen werden. Aber davor spielen wir noch eine Runde Tresor-Raub. Aber davor spielen wir noch eine Runde Tresor-Raub. Meine Mutter und die nicht nur ein paar Hände. Was ist denn? Ich bin nicht mit einer Runde Tresor-Raub. Ja, ich bin nicht mit einer Runde Tresor-Raub. Ich habe die Runde Tresor-Raub. Ja, guck mal, mit 200 AP, seit 4 Sekunden und der Boot sind 80. Ach Leute. Ja, was denn? Ja, die 4 Runden verlieren wir safe. Die Chaotenrunde. Nein. Ja, wir machen danach noch eine Runde. Du bist einfach nur zu offensiv. Hä, nein, ich mach, ich bin die ganze Zeit defensiv. Ich hab nicht einmal zum Tresor. Ich war die ganze Zeit, nur direkt am Tresor. Ich hab nicht zu offensiv. Also du bist gestorben. Ja, ich nehm grad ein Video auf, also könnt ihr euch nicht streiten, bitte. Nö. Nein, wir machen das jetzt nochmal die Runde. Nö. Wir haben Bull als Gegner auf jeden Fall. Ja, da haben sie recht. Ich hab's nicht gesehen. Barley. Barley. Der Barley geht mir jetzt schon auf den Sack. Und ein Colt. Knall. Alles. Claude. Der Claude hat nen dicken Schlot. Also, der Bull ist wirklich dum, ne? Der Bull ist wirklich dum. Ja, das, ähm. In der Tat. Bitch. Nicht nur, ich hab meine Ulti. Kotbremse. 10% hat hier. Das ist fucking Bull. Ha! Verkacken hier gerade gegen die... Oh. Gegen Pommes. Gegen... Gegen... Die größten Loops der Geschichte. Ja. Nein, das sind wir. Das sind wir ja. Ja. Genau. Ja. Das ist wieder meine Ulti. Ich auch. Bombenflug. Alaba. Pfff. Ich hab 2000 Schaden gemacht. Nice. Ich glaub keiner gibt die... Doch, der war nicht. Ketchup. Pommes. Mit Mayo. Ja, das Video besteht aus Ketchup, Pommes, Mayo. Genau. Genau. Ah. Leiker. Leiker. Nicht so leiker. Glaubst du dann schon irgendwie? U. Ja. Blend dieses U an. U. 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 Geh weg. Ja, ich bin nur... Ah. Aber egal. Du Hustensohn. Du müsstest ein bisschen aufpassen. Das ist nicht sowas. Ich hab schon wieder meine Ulti. Nice. Der Bull, der kommt da nie durch, ne? Nö. Der verreckt immer direkt an meiner Kasse. Stirb. Um. Du müsst ihr da hinten... Oh fuck. Ha. Oh, Double Kill. Ich hab den. Nein! Auto-Aim-Ulti. Bull. Kann es sein, dass du dumm bist? Kann es sein, dass du dumm bist? Oh nein. Das Heroin knallt. Smoke Weed-Aim-U-Day. Wow, die Ulti hat da ja komplett verfehlt. Und wir haben gewonnen. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Okay. Nice. So, an nächster Stelle nehme ich das Video auch. Das war eine gute Runde. Ich bin Starspieler geworden, ne? Und wie geht's bei euch so? Ja, ich bin jetzt Rang 9. Das ist nice. Es läuft nicht. Es rennt. Du rennt. Ja, okay. Okay, wir haben jetzt eine Runde gespielt. Und jetzt machen wir ein Dustbox Opening. Viel Spaß. Ich bin ein Runde ausgerassen. 18 Münzen, 6 für Piper und 15 für Bull. 12 Münzen, 4 für Tick und 8 für Colt. 15 für Pam. Nice. Das kann ich abreden. Jesse, Pam. Ja, so. Crow, Barock. 30 Münzen, 6 für Carl und 6 für Crow. Das war aber ne nice Kiste. 16 Münzen, 5 für Colt und 5 für Barley. Danke, danke. Und ein Ereignis Ticket. Und ein Ereignis Ticket. 30 Münzen, 4 für Penny, 10 für Rico und 3 Juwelen. 21 Münzen. 21 Münzen, 6 für Tick und 6 für Demmel. 50 für 50 Münzen, 6 für Jessie und 6 für Barley. 13 Münzen, 6 für Bull und 10 für Brug. 18 Münzen, 7 für Rosa und 10 für Brug. Wieder 50 Münzen, 5 für Crow und 10 für Elf. 19 Münzen, 6 für Bull und 7 für Colt. 18 Münzen, 4 für Piper und 4 für Crow. 30 Münzen, 6 für Pam und 7 für Brug. Jetzt öffnen wir noch ne große Box, weil vielleicht ist was besseres drin. 82 Münzen, 12 für Daryl, 13 für Frank und 30 für Carl und 4 Ereignis Tickets. 12 Münzen, 7 für Poco, 10 für Bull und 3 Ereignis Tickets. Nice. Wieder 18 Münzen, 4 für Penny, 4 für Frank und 5 Juwelen. Krass. 14 Münzen, 5 für Piper und 10 für Crow. Kann ich Crow auch bald upgraden? 15 Münzen, 6 für Daryl, 8 für Penny. 24 Münzen, 7 für Brug und 10 für Frank. 17 Münzen, 5 für Rico und 10 für Elprimo. Jetzt öffnen wir einfach nochmal ne große Box. 27 Münzen, 10 für Dynamike und 12 für Elprimo. Und wir ziehen jetzt Jean. Oh mein Gott, Jeanie. Nein, nein, das gibt's nicht. Alter. Nein. Der erste Mütliche bei Lauri. Nein. Ich will nicht mehr weitermachen. Oha, das kann ich nicht. Ich hab auch ein fettes Box auf mir gemacht. Nichts gezogen. Aber trotzdem. Let's go. Wir spielen gerade übrigens mit auf der Juwelen-Web. Ich weiß gar nicht, wie die da heißt. Meld euch die Kombination wie schon gesagt. Felswand Brawl spielt Baby und Coach. Das ist die beste Kombination. Also die wir rausgefangen haben. Guck mal, die Shelly haut schon da. Jetzt machen wir weiter. 30 Münzen, 5 für Karl und 8 für Deine Mike. 50 Münzen, 5 für Piper, 7 für Chrome. Nice. Jetzt können wir ihn upgraden. Das ist gut. 18 Münzen, 4 für Bull und 5 für Burg. Und nochmal 3 Juwelen. Nice. Ein Bonus. 18 Münzen, 6 für Rico und 7 für Penny. 30 Münzen, 6 für Jean und 25 für Rosa. Und da ich ja einen neuen Brawler gezogen hab, werdet ihr gleich auch noch ein Gameplay mit den anderen zwei Trotteln sehen, wie wir ihn ja verlieren werden in Tresorraub oder Juwelenjagd. Wir sehen hier auch gerade, ich sehe hier gerade auch mal schön den Brother, den man sich gerade sehen hat. Wir können hier gerade mal den Poco drauf. Oh, ja. Wie macht er das denn? Ist schon gut. 30 Münzen, 5 für Frank und 10 für Payne. Ich könnte die Heiltaktik machen. 16 Münzen, 7 für Dynamike, 7 für Jean. Nice. Kann ich upgraden. Und 200 Markendoppler. Nice. Oh mein Gott. 30 Münzen, 6 für Piper und 15 für Bali. Kannst du mal auf einen dazwischen zu quatschen? 12 Münzen, 6 für Bull und 7 für Tick. Jetzt kann er noch. Nochmal 200 Markendoppler. Nice. Insgesamt schon 400 Markendoppler. 15 Münzen, El Primo und Dynamike. Und nochmal 3 Juwelen. Irgendwann muss das ja auch mal Zeit werden für einen mythischen Drawer bei dir. Ja. Wenn du schon ein Legend wäre. Jetzt öffnen wir nochmal eine große Box. weil da Jean einfach drin war. Vielleicht ziehen wir noch was. Penny, Brooke und Dynamike. Und nochmal 200 Markendoppler. Jetzt habe ich schon 600 Markendoppler. Nice. Öffnen wieder kleinere Box. 21 Münzen, 7 für Karl, 7 für Pam und nochmal 200 Markendoppler. Zweimal hintereinander. Jetzt habe ich schon 800 Markendoppler. 30 Münzen, 4 für Pam und 15 für Rico. 30 Münzen, 4 für Bo und 6 für Barley. Und nochmal ein Ereignisticket. Sagen wir, öffnen wir nochmal eine große Box. 86 Münzen, 13 für Penny, 15 für Bull und 50 für Barley. Nice. Jetzt kann ich Barley auch upgraden. Und nochmal zwei Ereignistickets. Und 3 Uhr wählen. Nice. Nice. 12 Münzen, 5 für Bo und 6 für Penny und ein Ereignisticket. 30 Münzen, 4 für Bo und 6 für Rosa. Und nochmal! Nein! 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 Warum? Nein! 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 Das ist jetzt gar nicht passiert. Nein! 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 Ich habe einen Herzstillstand. Was? Du, wie schaffst du es denn? Ich habe aus 50 kleinen Boxen und 3 Big Boxen nichts gezogen. Ich will nicht mehr. Ich habe nur 2 Superselten gezogen. Oh, du da. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Wenn wir jetzt noch Tara ziehen, ich höre auf mit dem Box Opening. Ich höre auf. Ich will nicht mehr. Nerven. 60 Münzen, 8 für Pam und 9 für Mortis. Und nochmal 12 für Crow. 12 Münzen, 6 für Barley und 10 für Colt. 16 Münzen, 6 für Daryl und 7 für Brock. 17 Münzen, 5 für Penny und 6 für Penn. Nice! Jetzt haben wir nur noch 2 große Boxen. Öffnen wir die mal. 59 Münzen, 9 für El Primo, 10 für Poco und 30 für Jean. Nice! Level 47. Und nochmal 2 Ereignis Tickets. Die letzte große Box. Vielleicht ist da noch was drin. 105 Münzen, 8 für Frank. Kann ich upgraden? Nice! 11 für Bull und 20 für Karl. Und nochmal 3 Juwelen. Nice! Jetzt habe ich schon 73 Juwelen. Hättest du jetzt noch Tara gezogen, wäre das weltberühmt geworden, das Video. In 50 Boxen 3 Münzen. Das wäre weltberühmt geworden. Alter! Wie weißt du, wenn du jetzt noch eine Megabox kaufst? 61. Oder du hast auch Trophäenpfad. Achso, ja stimmt. Holen wir nochmal den Trophäenpfad ab. Wenn da noch was drin ist, dann... Dann löscht du Brawl Stars. Zum Glück hast du... Nein! Komm doch mal! Nein! Das wird... Da ist eh nichts drin. 18 Münzen, 6 für Bo und 6 für Jessie. Nochmal 150 Münzen und 25 für Karl. Das ist jetzt super! Das ist jetzt super! Die setz ich auf... Jeannie ist besser als Mortis. Jeannie ist besser als Mortis. Auf Jean. Und Mortis ist der Schlechteste. Und Mortis ist der Schlechteste.